Hallo? Kann uns irgendwo jemand hören? Mary, wir sind abgestürzt. Hallo? Ist hier irgendwo jemand? Tag 3 auf dem menschenlosen Planeten außer mir selbst. Super. Solo-Abenteuer. Yay! Es schreit total danach. Man sieht, der Roboter ist aktiv. Da hinten scheint auch noch mein Gebautes zu sein. Und es ist noch da. Wuhu! Ja, das ist manchmal nicht ganz so selbstverständlich. Denn mir ist ja auch schon aufgefallen, es kann auch mal passieren, dass man lustigerweise irgendwie die Sachen so abhanden kommen. Da haben wir 16. Ach, das ist kein höherer Stapel. Das ist aber auch ärgerlich. So, einmal hier vollpacken. Dann einen neuen anfangen. Das Gold da drauf. Da oben ist das Kupfer. Da haben wir hier Aluminium. Jo, wunderbar. So, dann haben wir es auch viel leichter, da loszudüsen. Und uns nochmal Plastik zu besorgen. Es ist nämlich gerade helllichter Tag. Gucken wir mal, mit was starten wir denn? Mit halbem Level schon wieder? Und hier haben wir fast gar nichts. Alles klar. Dann brauchen wir einfach nur... Oder müssen einfach nur dann... In welche Richtung muss ich? Ich glaube, da. Ich glaube, das war... Ich bin da immer auf das Magnesium drauf losgelaufen. Ich glaube, das war zumindest so. Oh, Wassertrinken. Jetzt wollen die mich aber veräppeln. Ich bin noch keine fünf Meter weg und schon wollen die, dass ich was züppel. Ey, das ist doch... Jaja, Temperatur zu hoch. Blablabla, blablabla, blablabla. Äh. Okay. Haben wir das noch hier drin? Ich glaube, ich habe das hier noch drin. Äh, Drink. Also, wir müssen uns um Wasser kümmern. Also, das ist schon die Hälfte, die ich verbraucht habe. Das heißt, wirklich den Wassergenerator beziehungsweise hier... Das Zeug da machen. Da, da, da ins Habitat bauen und so weiter. Das heißt, ich muss aber auch erst mal skillen, dass ich das machen kann. Scheiße, ich bin direkt zu den Monstern rein. Nein. Ich habe es wieder zu eilig. Das ist... Das ist dann... Das wird dann nichts immer. Alter. Hau nicht ab, wenn ich mit dir kämpfe. Blödes Vieh. Dann eben halt du. Also, darf ich den nicht vergessen gleich, wenn er mich da nochmal angreift? Also, wenn ich unterwegs bin. Den habe ich noch erwischt. Den anderen nicht. Okay, dann... Aber trotzdem jetzt los sprinten. Äh... Ja gut, nehmen wir auch mit. Schadet ja nicht, denke ich. Ich würde gerade fragen, ob ich überhaupt in die richtige Richtung laufe. Ja, die laufen in die richtige Richtung. Es ist ziemlich warm. Ja, das... Das... Passiert. Das... Ja. Die Temperatur ist zu hoch. Ich kann mich ja abkühlen, während ich jetzt so die Gegner suche und eliminiere. Aber ich sehe gerade gar keine. Seht ihr die? Ich sehe sie nicht. Ja. Komisch. Also, gut aufpassen. Der kann jetzt auch irgendwo einfach jetzt mal spawnen und auftauchen. Da hinten ist er. Wir werden aber trotzdem zusehen, dass wir jetzt erstmal das voll kriegen. Das ist auf 100. Gut, dann das nächste. Ich weiß nicht, ob das das hier auch anlockt. Wenn ja, dann müssen wir echt wahnsinnig aufpassen. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Okay. Ich muss aber gleich noch ein bisschen Carbon noch mitnehmen. Auch wenn ich noch eigentlich genug habe. Aber trotzdem brauche ich das Zeug, ja? Herrlich, der ist doch eben hier ist noch rumgelaufen. Egal, der kommt gleich schon. Der kommt mich gleich schon besuchen. Ich weiß das. Die werden ja dadurch angelockt, dass ich was abbaue. Hallo? Hallo? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Da war doch noch einer, oder? Und ich werde mit euch gleich kommt da und haut mich auf jeden Fall einmal ordentlich. das ist doch echt unheimlich, oder nicht? Wo sind die Viecher hin? Kann doch nicht einfach abgehauen sein. Weil ich glaube nicht, dass ich die erschrecken kann, die Viecher. Egal, dann auf nach Hause. Habe ich weniger Probleme. Super. Hüpf. So. 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 war der schon angeschlagen? Ich glaube das ist der, der sich geheilt hat, oder so. Der, der abgehauen ist. Ich weiß nicht genau. Also respawn sollen die eigentlich recht schnell, was mir eigentlich gar nicht passt. Oh. Das da will ich. Okay, Titan nicht unbedingt, aber ich hätte gerne das Gold. Genau. Dankeschön. Und alles andere, was du gibst. oder auch nichts. Jo, das Gold nehme ich auf jeden Fall. Copper, sehr gut. Das brauche ich auf jeden Fall. Ah, ja. Sehr schön. Wie viel Gewicht habe ich noch? Oh, ich bin schon zu schwer. Ups. Nein, da kam gerade... Nein, noch einer. Oh, scheiße. Oh, und ich bin zu schwer. Ich bin zu schwer. Ich bin zu schwer. fuck. Oh, das wird nichts. In welche Richtung ist mein Zuhause? Fuck. es gibt's nicht, es gibt's nicht, es gibt's nicht. Es gibt's nicht. Oh, fuck it. Okay, das eine haut ab, das andere nicht. Okay. Oh man. Oh man. Oh man, oh man, oh man. Okay, gucken, wann müssen wir das? Nein, wir müssen uns anders reparieren. Okay, repariert, zack. Beziehungsweise geheilt. Ich sehe hier überhaupt nichts. Oh, sie sind hier lang. Oh shit, da unten ist schon wieder einer. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Da hinten ist mein Zuhause. Sehr gut. Ha. Fast lebend geschafft. Verwirkt mich irgendwas? Ich sehe nichts. Gut, sehr gut. Dann schön weiter. Es ist nicht eigentlich auch Zeit wieder für diesen Wurm, weil der hat mich auch zweimal, äh, besucht gehabt. Irgendwie. Nee, sieht nicht genau aus. Okay, sehr gut. Was machst du überhaupt da oben? Das scheint der festzuhängen oder so. Dritt sich in allen Richtungen, aber auf der Stelle. Ach, das ist doch kacke, ist das doch. Na gut, erstmal alles hier rein, was ich nicht brauche. Ach, das blöde Fleisch auch noch. Aber schon genug, weg damit. So. Na gut, das schmullen wir jetzt nicht weg. Titan auffüllen. Also hier habe ich jede Menge Titan schon, ey, das ist der Wahnsinn. So. Das andere kommt mit rein. Doch, der ist frei, aber der... Hm. Der beschäftigt sich nur für dort. Oh Gott, okay, gut. Meinetwegen. Äh. Das Gold wird einmal da aufgefüllt. Und da. Copper. Aber da oben. Okay. Warte mal, das machen wir mal anders. Hm. So. Habe ich das besser im Blick? Was, äh, noch geht und was nicht. Gut, dann gucken wir mal, dass wir das jetzt hier herstellen. Dann müssten wir ja eigentlich genug Plastik haben für das nächste Teil. Theoretisch. Das Plastik nehmen wir, das packen wir rein. Das füllen wir auf. Das füllen wir auf. So, wunderbar. Also, gut. Sehr gut. Was wollten wir, wir wollten die Baracke, glaube ich, bauen, ne? Komm, ein Lied fehlt uns noch. Okay, dann müssen wir uns auf die Suche nach dem Lied machen. Äh, beziehungsweise nach dem Lied. La, la, la. Nein, Scherz. Ach. Schon wieder so aufgeregt hier. Es wird nämlich, glaube ich, gerade auch wieder draußen dunkel. Das gefällt mir auch gar nicht. Puh. Gut. Also hier haben wir ein Level ab. Schneller Laufen. Mehr Leben. Mehr Tragen. Oder. Äh. Machen wir das hoch. Schadet nicht. Das nächste Level können wir dann auf Leben oder sonst irgendwas anderes nochmal packen. Ich glaube, das geht auch. Ich vermute, es geht alles nur bis 100. Und das möchte ich gerne auch noch herausfinden. Bevor wieder ein großes Update kommt und dann heißt, äh, joa, wieder von Null. Deswegen werde ich... ...nochmal eben... ...bis es dunkel ist, hier in der Nähe alles abbauen. Ansonsten, äh, werde ich jetzt erwarten, theoretisch, dass es wieder hell wird. Dann werde ich nämlich das Lied suchen. Ach du Scheiße. Da ist schon wieder ein Gegner. Wo ist er hin? Wo ist er? Wah! Hä? Hä? Jetzt fühle ich mich aber mehr als verarscht. Was ist es denn überhaupt? Was ist denn? So. Ach, super. Er erledigt das hoffentlich. Hey, der Schwede. Hat man ja nicht mal in Ruhe Zeit, hier seine Sachen abzubauen. Also ehrlich. Gut, dann haben wir hier drüben noch das andere gehabt. Wow, der ist jetzt aber wirklich schneller.